Eine Investition in die Zukunft, die kurzfristig etwas kostet und langfristig etwas bringt, dem eigenen Portemonnaie und dem Klima. Wer profitiert, wer verliert. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüsse Sie zum Abstimmungskonkret über das CO2-Gesetz vom 13. Juni. Ja, das revidierte CO2-Gesetz soll unsere Klimapolitik bis 2030 mit dem Kernziel einer Halbierung des Schweizer Ausstosses von Treibhausgas im Vergleich zu 1990 fortzuschreiben. Weiter sollen die Vorschriften für Gebäude und Autos verschärft. Zusätzliche Umweltabgaben erhoben und der Klimafonds weiter ausgebaut werden. Abgaben auf Heizöl, Treibstoff und auch auf Flugbeläte würden erhöht, respektive eingeführt. Dass es da grossen Widerstand gibt und auch, dass das Referendum zustande kam, erstaunt niemand. Schafft das Gesetz aber trotz allem die richtigen Anreize, um die Klimaziele zu erreichen? Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinen Gästen. Herzlich willkommen, Martin Bäumle, Zürcher Nationalrat der GLP. Er sagt ja, weil das Verursacherprinzip ist in unserer Verfassung verankert. Wer das Klima mehr verschmutzt, soll auch mehr zahlen. Und bei uns ist auch der Thomas Hurter, Nationalrat der SVP, Mitglied vom Referendumskomitee. Er sagt nein, weil das Gesetz ist nichts anderes als eine Umverteilung, die die einen belohnt und die anderen bestraft werden und bringt dem Klima nichts. Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Ja, Herr Bäumle, bleiben wir gerade bei dieser Frage. Schafft das Gesetz die Anreize, die es braucht, um die Klimaziele, die wir umsetzen müssen, weil wir das Pariser Klimaabkommen ratifiziert haben, um die zu erreichen? Also die, die wir müssen erreichen 2050, das reicht nicht, da müssen wir ehrlich sein, da werden wir weitere Schritte brauchen. Aber um jetzt 2030 einen echten Schritt zu machen, wir haben die schon Schritte gemacht, wir müssen sie nicht nennen, bin ich der Meinung, dass das Gesetz eine sehr gute Grundlage, aber es ist immer so, der Vollzug muss dann auch noch funktionieren. Und wir wissen alle, dass es nicht immer so einfach ist im Vollzug, weil dann auch nachher kommen noch Detail anzuführen, die nicht ganz so simpel sind. Aber ja, ich bin der Meinung, dass es funktioniert. Und auch, klammern wir auf, wenn man jetzt in den Marschtabellen eigentlich, so wie es aussieht, Klimaziele 2020 nicht ganz arbeiten. Das ist eben eines der Probleme. Wir haben schon letztes Mal im CO2-Ziel gesetzt, wir haben Massnahmen dazu gemacht und wir haben jetzt gesehen, dass in gewissen Bereichen, insbesondere im Verkehr, dass einfach die Nannung erreicht wird, dass in den Gebäuden langsam runterweg sind. Aber nichtsdestotrotz, die Ziele müssen ehrgeizig gesetzt werden und ich sage es halt, wenn wir halt dann ein bisschen Nannung als erreicht haben, dann ist das nicht so tragisch, wenn wir nichts machen. Also es ist klar, ohne das CO2-Gesetz können wir gar nicht mehr dorthin. Also Klimaziele, die wir gesagt haben, die wollen wir umsetzen, das Abkommen haben wir ratifiziert, Sie sagen, das ist nichts als eine riesige Umverteilung, haben Sie dann eine andere Lösung? Eine bessere Lösung? Ja, selbstverständlich haben wir eine andere Lösung. Also wir kommen vielleicht noch darauf zurück, oder? Zum Beispiel gerade wir in der Luftwarte, wir haben ein 50-heiliges Papier gemacht, wir haben Lösungen der Frau Bundesrätin vorgeschlagen, sie hat das nicht wollen. Sie hat eigentlich das CO2-Gesetz wollen, oder wo wir, ähm, sie haben das Eingangs gesagt, wo man gewisse Leute bestraft, wo man ihnen Abgaben hochlegt, diese wegnimmt und neu verteilt. Also politisch tut man das neu verteilen und das hilft dem Klima eigentlich nicht. Und Herr Bäumler hat es gesagt, wir haben, ich sage nicht, wir haben die Aufgaben schon gemacht, aber wir haben schon einen grossen Teil von der Aufgabe gemacht. Wir haben in den letzten zehn Jahren ein Viertel vom CO2 eingespart mit Technologien, mit der Entwicklung, mit der Innovation. Ich glaube noch, wenn ich sie da schnell unterbreche, aber mit dem, sagen wir mal, freiwilligen Ansatz arbeiten wir schon 2020, die gesetzten Ziele nicht. Doch, 2050 müssen wir ja halbjährig haben und wir haben in zehn Jahren 25 Prozent erreicht. Wir haben also noch einmal 20, 30 Jahre, also bringen wir die 50 Prozent an. Oder wir müssen einfach den Entwicklungsschritt weitermachen. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr über 30 Prozent der Fahrzeuge, die importiert sind mit alternativen Antrieb. Wir haben in den letzten zehn Jahren im Gebäudebereich massiv oder in den letzten 30 Jahren 30 Prozent CO2 reduziert. Das alles ohne CO2-Gesetz oder zum Beispiel die Luftfahrt, Milliarden investiert in neue Flugzeuge, neue Triebwerke, das ist CO2-reduzierend. Also da hat man massiv viel gemacht. Das kann man alles freiwillig, Herr Bäumle. Wir haben CO2-Gesetz schon zwei Generationen, wir haben ein aktuelles CO2-Gesetz, ohne die CO2-Gesetz, die notabene vorher auch bekannt vor sind, nicht so aktiv, wären wir gar nicht da, wo wir sind. Und was man jetzt sagt, hat alles funktioniert, dank der besteht, wir machen nur die bestehenden CO2-Gesetz, werden weiterentwickelt. Was neu ist drin, ist die Luftfahrt, über die können wir sehr gerne noch reden, wo das Gesetz auch viele Optionen schafft. Ganz klar, das Gesetz hat viele Vorteile und Chancen, aber nochmal, der Gebäudebereich, Fahrzeugbereich wäre nie da, ohne die CO2-Gesetzgebung, ohne schon die bestehende CO2-Abgabe, wo auch schon der Subventionsteil, wie du es nennst, hat, nämlich die Anreizfinanzierung für Sanierungen. Das hat sehr gut funktioniert in der Vergangenheit, muss weiter funktionieren, darum wird genau das weitergeführt, eins zu eins. Aber das stimmt jetzt einfach nicht. Also wir werden jetzt einen Klimafonds öffnen, wo wir Geld von irgendwoher nehmen, wir kommen sicher noch darauf, wo, und Frau Samaruga verteilt das Geld neu. Das ist politisch neu verteilt und das ist wissenschaftlich neu verteilt. Und sorry, das ist keine Innovation, Martin Bäumli. Und dann kommt noch der zweite Punkt. Das Geld, das man der Bevölkerung zurückverteilt, die 30 bis 70 Franken, mit dem gehen die Leute zum Mittagessen, da passiert gar nichts beim Klima. Und das ist eine reine Umverteilung, das ist nicht eine Weiterentwicklung. Das Argument, dass der, der mehr CO2 verursacht, auch mehr zahlen soll und der andere, der weniger verursacht, profitieren soll, nämlich z.B. mit Zurückzahlungen, finden Sie, das ist der falsche Ansatz? Das ist insofern der falsche Ansatz, denn man gibt vor, dass gewisse Leute profitieren können. Es gibt einfach gewisse Leute, die nicht profitieren können. Wir haben z.B. viele Leute, die mit Elektrofahrzeugen herumfahren, auf der Strasse, auch der Herr Bäumli, die keine Beiträge an die Strasse zahlen. Wir haben viele Leute, die… Das hört dann einmal auf, oder Martin Bäumli? Ja, ich hoffe, das hilft er mir dann. 2024 im Kanton Zürich. Wenn der Herr Urt mit Mobility-Pricing mitmacht, umfassend, dann würde ich sofort, dass ich daran beteiligt bin, kilometerabhängig, weil ich nutze die Strasse auch, aber nicht einfach mit Pauschalen. Aber Martin Bäumli, kein Road-Pricing, dann machen wir das Mobility, dann reden wir noch über den ÖV. Das würden wir uns finden, den ÖV, Flugverkehr, alles schön einbeziehen. Wunderbar, machen wir. Bahnverkehr, 54% vom Staat finanziert, wenn wir da bereit sind, einen Beitrag zu mitzuleisten. Aber jetzt gehen wir zurück. Das bestehende CO2-Abgabe kennt ja schon die CO2-Abgabe im Gebäudebereich und macht genau schon heute das, dass die zurückverteilt wird. Ein grosser Teil davon. Das heisst, der, der etwas macht und weniger Eizöl braucht, profitiert ein wenig. Und der, der mehr braucht, nach dem Verursacherprinzip, zahlt mehr. Das ist heute schon so. Das Prinzip wird jetzt verstärkt und das ist eigentlich richtig. Aber Sie waren in dieser Kommission, die das Gesetz behandelt hat. Jetzt gehen Sie hin, nehmen die Luftfahrt etwa 3 bis 700 Millionen Franken weg. Da verteilen Sie die Hälfte der Bevölkerung zurück, absolut nicht klimawechsam. Und die andere Hälfte in einen Topf und Frau Sommaruga verteilt das neu. Es kommt nicht zurück an die Luftfahrt. Das, was Sie vorhin gesagt haben, mit den Heizungen, es kommt nicht zurück. Und Sie haben in der Verordnung einen kleinen Passhaus drin, der einen Teil zurückkommt. Müssten wir aber mehrere hundert Millionen investieren, um ein paar Millionen bekommen. Das ist null Anreize. Das ist eben genau der Fehlansatz des Klimafonds. Es wird neu verteilt, politisch neu verteilt. Martin Böhmle, können wir vielleicht grundsätzlich nur schnell zu diesem Klimafonds etwas sagen. Macht es oder würde es nicht Sinn machen, wenn man sagt, okay, der Verursacher zahlt mehr, dass man den ganzen Teil zum Beispiel sagen würde, würde man jetzt im Bereich Luftfahrt oder auch bei den Gebäuden und bei den Autos in die Innovation, in die Wissenschaft stecken, damit man dort einen Schritt weiterkommt, dass das mehr bringen würde, als dass man pauschal die Hälfte der Bevölkerung zurückgeben würde. Also nochmal, wir haben die Lenkungsabgabe, und das ist im Kern immer noch eine Lenkungsabgabe, geht gar nicht anders, gemäß die Verfassung, weil man mindestens die Hälfte zurückverteilt muss, damit das unter dem Titel laufen kann. Jetzt, dass sie nicht lenkt oder zu wenig lenkt, hat wieder zu wenig Höhe zu tun. Wenn wir eine hohe Lenkungsabgabe haben, ist SVP die erste, die dagegen anrennt. Ich wäre für eine sehr hohe Lenkungsabgabe gewesen, das weiss man, Energie statt Mehrwertsteuer, ist aber komplett gescheitert, das will die Bevölkerung nicht. Also machen wir den Zwischenweg eine kleine Lenkungsabgabe, die nur ein bisschen wirkt, und einen Teil quasi mit Unterstützung, mit Anschubfinanzierungen machen. Und in einem Punkt werden Herr Hurt und ich nicht so weit auseinander. Ich habe auch Müde damit, dass die Luftfahrt 500 Millionen Euro einzahlt, und das Geld nachher in alle anderen Richtungen verteilt werden soll. Und da müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Luftfahrt mit guter Branchenlösung, wo nicht nur ein Gesetzesartikel reinkommen ist, für Sustainable Air Fuels, die ich eingebracht habe, wo wir jetzt eine Mehrheit haben, dass dort auch etwas geht, dass die Branchen das Geld zurückholen kann. Wenn es im Gesetz nicht festgelegt ist, nützt das nichts und Sie wissen, wie die Verordnung jetzt ausgelegt ist, was übrigens jetzt in der Vernehmlassung ist. Das funktioniert überhaupt nicht so. Wir haben den expliziten Vorschlag gemacht. Gehnt uns einen Teil von diesem Geld zurück für synthetische Treibstoffe. Das wollte man nicht, das wissen Sie, Herr Bäumli. Und noch einmal, diese Abgabe ist keine Lenkungsabgabe. Da hat Herr Bäumli wahrscheinlich recht. Sie müsste viel höher sein, als sie lenken würde, aber weil sie eben nicht richtig lenkt. Man hat davon eben auch Angst gehabt, weil man es nicht weiter ausdehnen wollte, wissens wäre es eben ein Steuer. Man hatte Angst vor der Bevölkerung. Aber was nicht fair ist, es ist eine Ungleichbehandlung der Bevölkerung. Ich meine, der, der auf ein Fahrzeug angewiesen ist, muss die Mehrkosten irgendwie in seinen Finanzierungsbereich reinnehmen. Die Leute, die irgendwo ein Haus sanieren müssen, die die Heizungen sanieren müssen, der Hauseigentümerverband 2027, vier von fünf Häusern, die ein Öl- oder eine Gasheizung haben. Sie müssen ersetzen, müssen eine neue Technologie haben. Du bekommst mehrere Tausend Franken, respektive fast 100'000 Franken. Und der Maximalbeitrag, den man für die Heizung bekommt, das weisst du auch, ist 5'000 Franken. Und für eine Sanierung von 100'000, 5'000 A kein Anreiz. Und B, ein älteres Ehepaar kommt auf die Bank, hat keine Hypotheke mehr für das. Gut, das haben wir schon gelöst. Das heisst jetzt aber, kann man dann sagen, das CO2-Gesetz mit höheren Kosten, sagen wir mal, sicher im Moment und kurzfristig, ist eine gewisse Wirtschaftsbremse? Im Gegenteil, das ist ja der Vorteil des Gesetzes. Jetzt kann man das kritisieren, dass sehr viele Branchen profitieren werden. Heizungsbranche, Innovation, Bauerei. Also, die Branchen profitieren extrem. Da sind auch so viele Leute dafür, weil sie die Chancen sehen. Und jetzt gibt es tatsächlich einen Preis. Aber ist das nicht kurzfristiges Denken? Zum Geld abholen? Nein, zum Investieren in eine klimaärmere Technologie, in klimaärmere Heizungen, in bessere Fahrzeuge, in bessere Fliegerei. Selbstverständlich muss das jemand zahlen. Und wir alle zahlen einen kleinen Beitrag. Und der, der mehr Öl braucht, der mehr fliegt, zahlt logischerweise mehr. Und das ist auch richtig so. Und dann gibt es immer die Einzelfälle, die ihr gerne anzieht. Eben das Einfamilienhaus vom Eltern Ehepaar, das dann nachher saniert werden muss. Erstens, die Sanierungen müssen sowieso früher oder später kommen. Wer heute noch für eine Ölheizung setzt, macht eh einen Kapital, weil das ist für die Wiederverkaufbarkeit. Wie Leute haben diese Heizung vielleicht schon länger, Martin Böhmler? Und es können sich nicht alle eine neue Heizung leisten? Erstmal, wenn ein Haus wiederverkaufbar sein soll, wird man bei einer Sanierung immer auf eine alternative Technologie gehen, weil sonst der Wiederkaufswert total schlecht ist. Also ist eine Investition auch dort in Zukunft. Jetzt mit der Kreditvergabe, auch hier haben wir im Gesetz einen Passus drin, dass es Möglichkeiten gibt, wenn jemand die Investitionsfähigkeit hat, dass er da eine gewisse Unterstützung bekommt. Es ist wirklich in diesem Gesetz für alle geschaut worden. Jetzt kannst du das kritisieren, dass es ein Subventionstopf ist, das kann man. So wie der Herr Böhmler das darstellt, hat man das Gefühl, es profitiert alle von diesem Gesetz. Also die Flügerei, ich meine, Sie sind Präsident vom Dachverband Erosuisse. Also die Flügerei, das ist jemand, der Sie sagen, profitiert nicht von diesem Gesetz. Nein, überhaupt nicht. Eben, weil es A nicht zurück fliesst, B den Markt kaputt macht, oder? Wegen dieser Flugticket-Takt? Ja, natürlich. Weil Sie haben zum Beispiel nur schon in Basel, haben Sie im französischen Sektor 1,50 Euro und 5 Meter nebenzu haben Sie dann 30 und 120 Franken. Wo haben Sie das Gefühl, findet der Verkehr statt? Ja, also Sie haben das Gefühl, es findet dann eine Verkehrsstadt der Leute, die fliegen lieber ab Basel, französische Seite, wie ab Zürich, weil es günstiger ist. Ja natürlich. Oder Mailand zum Beispiel. Ist das so? Natürlich. Denken Sie selber, wie Sie reisen. Die Leute machen immer das Gleiche. Sie überlegen zuerst, wo sie wollen. Dann gehen Sie auf dem Internet schauen, was es kostet. Und dann nehmen Sie die günstigste Reise. Was meinen Sie, warum fliegen so viel mit den Emirates über Dubai nach Afrika? Sie könnten direkt fliegen. Es ist einfach teurer. Fliegen Sie über Dubai. Ja, aber Sie sind bequem in Zürich eingestiegen, oder? Genau. Sie sind bequem in Zürich und zahlen Sie aber nur die Flugticketabgabe Zürich-Dubai. Fliegen auf Afrika. Sie sind zwei Stunden länger in der Luft, oder? Wir haben den höheren Preis und müssen Abgaben zahlen. Die Luftfahrt zahlt heute eine internationale Abgabe, Corsia. Eine europäische Abgabe, EU-ETS. Und jetzt kommt noch eine schweizerische, oder? Sie sehen dreifache Belastung. Das ist die Branche. Aber nochmals schnell zum Geld, was Sie gesagt haben. Nur weil er so schön erzählt, wie jetzt alle profitieren, oder? Es sind übrigens etwa 40 Parlamentarier, die in diesem Bereich arbeiten, wo alle profitieren. Sie ja auch, Herr Bäumler, mit Ihrer Firma, Messgeräte und so. Aber Frau Somaruga sagt, Sie haben in diesem Topf 1 bis 1,5 Milliarden Euro zum Verteilen. Das ist also das Ziel, ja? Genau. Gleichzeitig sagen wir, okay, mit dem Petrol, Benzin und Diesel, ich spreche jetzt nicht von Heizöl, Importe geben wir etwa 700 Millionen im Jahr aus. Jetzt nehmen wir die Milliarde von Frau Somaruga und die 700 Millionen. Es gibt 1,7 Millionen durch 8,5 Millionen Einwohner. Es gibt mehr als 200 Franken pro Person. Und, sorry, da profitiert das gar nicht auf. Es wäre ja das Perpetuum mobile, oder? Jetzt komme ich noch zum Schluss. Und wenn wir meinen, mit so wenig Geld retten wir das Weltklima, dann wäre ich sogar bereit, das Zehnfache davon zu zahlen. Also gut. Jetzt wird es aber auch schwierig. Einige müssen das entscheiden, aber etwa 100 Franken pro Person wird das etwa kosten. In Anführungszeichen kosten. Es ist Investition in Zukunft. Wenn ich mich richtiger verhalte… Also das ist eine Durchschnittsberechtigung, oder? Aber eben, wenn ich mich konsequent, wenn ich weniger fliege wie der Durchschnitt, wenn ich jetzt nicht businesshäufig fliege, dann fahre ich am Schluss besser. Der einzige Punkt, wo Herr Hurt jetzt wahnsinnig jammert, ist wegen dem Flugbereich. Erstens, die ganzen Umwegflüge finden heute statt, wie Toniflugticketabgabe. Das sind ganz andere Gründe. Ja gut, aber die ist reingekommen nicht ein. Preisgetrieben, Herr Heimer. Ja, nicht nur Preisgetrieben. Aber es ist ein wesentlicher Faktor, aber das spielt eben heute schon mit rein. Jetzt spielt das ein bisschen mehr drin, das ist richtig. Und umso mehr ist jetzt die Erlernbranche aufgefordert, wirklich in den Bereich erneuerbare Kerosene zu investieren. Warum nimmt man uns denn das Geld weg für die Erneuerung? Also nochmal, man nimmt es nicht weg. Der Flugticketabgabe, nochmal, die ist politisch jetzt drin. Jetzt geht es darum, kommt das Geld, das nicht zurückverteilt wird, der Flugbranche zu gut, wird das Gesetz ermöglichen, weil die Branche etwas bringt, oder wird es anders verteilt. Und nochmal, die Faison Maruga verteilt das Geld nicht. Das wird in den ersten zwei Jahren der Bund sein. Nachher wird das Parlament das adressieren. Das heisst, sie ist an uns im Parlament dafür sorgen, dass auch die Luftfahrtbranche wieder zu ihrem Geld kommt, wo sie investiert in erneuerbare Treibstoffe. Also sagen Sie im Moment, ihr zahlt mehr ein, als dass ihr daraus herüberkommt? Also eure Branche grundsätzlich? Das ist ja das Dumme an diesem Gesetz. Das ist wirklich das Dumme. Die Luftfahrt hat die Aufgabe schon lange gemacht. Das stimmt doch nicht. Wir haben neue Treibwerke, neue Flugzeuge, in der Schweiz zumindest, immer investiert. Jede Generation Flugzeuge, 20% weniger CO2. Jetzt geht man her, nimmt dieser Branche Geld weg und verteilt es irgendwo hin, Geburtsprogramm oder irgendwo. Also sie nehmen die Substanz weg. Und das, was Herr Bäumler sagt, stimmt eben nicht. Das Gesetz ist nicht so ausgelegt, dass es rückverteilt wird an diese Leute. Wir haben damals bei der Gesetzesberatung gesagt, wir geben uns das zurück. Wir kaufen 1 zu 1 synthetische Most ein. Das wollte man nicht. Man könnte das gleiche machen bei der Automobilität. Man könnte das gleiche machen bei den Gebäuden. Das will man nicht machen. Man will es politisch steuern. Und wenn Herr Bäumler sagt, es ist nur die ersten zwei Jahre Frau Sommaruga. Das Parlament ist auch politisch zusammengesetzt. Und das ist ja das Verrückte. Es sind nicht Wissenschaftler und Professoren und Leute, die von diesen Zeugen etwas verstehen, sondern politisch motivierte Leute. Und das ist nie gut. Und die Vergangenheit hat es gezeigt. Die Innovation hatten wir in den letzten Jahren. Darum sind wir ja eines der innovativsten Länder. Und jetzt gehen wir in den kommunistischen Ansatz. Also haben Sie denn die ganze Übung die Innovationskraft? Nein, aber noch mal. Also wie Herr Hurter das sagt, kennen Sie? Die haben wir ja jetzt gehabt, dank dem, dass jetzt schon so Geld verteilt wurde. Also Herr Hurter regt sich jetzt nur auf, dass Sie den Flugverkehr so genannt ... Nein, wir können ja gerne mal über ein anderes Thema reden. Ich würde mal zum Flugverkehr etwas sagen. Die Aussage, dass der Flugverkehr seine Hausaufgabe gemacht hätte, ist natürlich absolut das Feld. Das kann man sagen. Der Flugverkehr ist einer der grössten Klimaprobleme, die wir noch nicht gelöst haben. Das müssen wir in den nächsten 30 Jahren lösen, weil wir werden noch lange rumfliegen mit Kerosene. Also müssen wir CO2-freies klimaneutrales Kerosene herbringen. Im Moment kostet das 6 bis 12 Franken pro Liter. Und das kann niemand zahlen. Das heisst, dort müssen wir Investitionen tätigen. Wir müssen in den Industriecharakter kommen. Und da kann die Schweiz eine Vorreiterrolle spielen. Sie hat gute Technologien daran, sie hat Firmen daran. Und wenn du schon von einer Firma redest, die ich habe, und ich habe tatsächlich eine Firma mit Kollegen gegründet, wo wir sagen, wir wollen in diesem Bereich eine Anschubfinanzierung herbringen, dass die Luftfahrt zu diesem Geld zurückkommt. Also wir wollen euch eigentlich helfen. Auch wenn ihr euch sperrt. Das Gesetz ist schlecht, macht ihr den Fehler. Weil das Gesetz ist eine Chance für die Luftfahrt, in diesem Bereich in die Schweiz Innovationscharakter zu kommen und CO2-freier zu werden. Also das muss ich noch schnell korrigieren. Ich finde das fast etwas Frechheit, wenn er sagt, wir hätten unsere Aufgaben nicht gemacht. Wir sind die einzige Industriebranche weltweit, die ein Abkommen hat. Keine einzige gibt es auf der ganzen Welt, die das nicht hat. Die Luftfahrt ist international, das willst du auch wissen, Martin Bäumli. Und du kannst nicht Glocken über Käse, oder über die Schweiz hineinsetzen. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. In der Schweiz ist mehrere Milliarden auf den Flughafen. Du bist ja auch ein Flughafenvertreter. Du lebst auch von diesem Gebiet. Es hat mehrere Milliarden investiert in z.B. Antriebstechnologien, unterirdische Tankanlagen, alternative Energien, Airlines, neue Flugzeuge, Neutriebe und und und. Also das ist eine Frechheit. Und jetzt kommen wir noch einmal zu den Zahlen. Luftfahrt verursacht weltweit 2,8%. Wo ich dir recht gebe, ist, dass die Luftfahrt in Zukunft mehr beitragen wird. Und darum machen wir auch etwas. Aber wenn man jetzt die Substanz wegnimmt, dann muss ich sagen, lohnt es sich auch nicht zu investieren. Weil, wie gesagt, wenn man nur ein paar Millionen bekommt und mehrere Hundert investieren muss, dann macht man das nicht. Aber ich glaube, wir können auch mal zu einem anderen Thema kommen. Das Gesetz, und das ist das Verrückte, ist eine reine Umverteilung und hilft dem Klima nicht. Gut. Also, Martin, wir gehen nicht darauf ein, ob Sie jetzt der Freund oder eher der Gegner vom Flughafen und vom Flugverkehr sind. Das wäre eine eigene, abendfüllende Sendung. Das kann man sagen, ja. Machen wir den Gump zum Autofahren oder zur Mobilität ganz allgemein. Die Leute, die Autofahren fahren, haben natürlich das Amoklesschwert über sich. Jetzt wird das Benzin teurer, jetzt wird der Diesel teurer. Und die Autos an- und füren sich, je nachdem, was man für ein Auto fährt, auch. Also, was kostet denn unter dem Strich Autofahren, so wie wir es kennen, in Zukunft? Wenn man es richtig macht, kostet es nicht viel mehr als heute. Ja, Sie würden aber fehlen, dass alle Ihre Autos ersetzen. Ja, es wird sowieso. Der Fahrzeugpark ersetzt sich alle zehn bis zwölf Jahre. Und die Leute werden immer in bessere, entweder Benzinauto investieren, wenn sie mit Benzin bleiben wollen, was ich nicht vernünftig finde. Aber man kann. Man geht auf Elektromobilität. Dort ist sowieso dann das Ganze wesentlich günstiger. Am Anfang. Bis man das Mobility-Pricing miteinander einführt, dann muss man dort auch wieder etwas zahlen. Aber die Anfangskosten sind natürlich höher. Und der Markt ist noch etwas klein, aber er beginnt zu kommen. Das heisst, jetzt wird es mit dem Zielwert ganz klar, wird es mehr Elektromobilität geben. Völlig klar. Weil anders wird man es einfach physikalisch nicht erreichen. Und das muss man nachher kompensieren, durch Massnahmen im In- und Ausland. Es sind eigentlich recht moderate Schritte, die da kommen. Es wird niemand zu irgendetwas gezwungen. Aber zugegernemassen, das Benzin wird um sechs bis zwölf Rappen pro Liter mittelfristig ansteigen. Ja, das ist der Preis, den wir zahlen, damit wir bezüglich Klimaschutz im Verkehr Richtung Netto Null kommen. Also gehen wir damit, Autofahren wird in Zukunft immer mehr zu einem Luxusgut. Gehen wir in diese Richtung? Ja, also das Benzin ist der kleinste Teil. Wenn ich ein Auto habe und ich mir rechne, was den Benzinpreis bei mir kostet, ist das absolut lächerlich, weil das ist irrelevant. Ich wollte gerade sagen. Ja, aber ich kann es beim Töff nehmen. Es ist genau das Gleiche. Wobei der Töff nicht fair gerechnet wird, da fahre ich so wenig. Aber generell ist es so, das ist nicht das, was es ausmacht. Man redet immer was. Der Reifen, die Reparatur, die Versicherungen. Das ist das, was kostet. Die Leute jammert wegen zwölf Rappen. Blöck sagt, wenn also Tölschreichs falsch machen, dann geht der Benzinpreis schneller, höher oder runter, wenn wir jetzt das CO2-Gesetz umsetzen. Also in diesem Sinne, das ist nicht im Rauschen, aber das ist vertreibbar. Und nochmal, jeder, der neu investiert, wird ein Fahrzeug haben, das effizienter ist. Und dadurch wird er wieder weniger zahlen. Am Schluss. Und wir haben dann ein erstes Problem, und darum kommen wir wieder vom Mobility Pricing. Irgendwann ist die Infrastruktur nicht mehr genügend finanziert. Also gut. Die maximal zwölf Rappen mehr auf dem Treibstoff, das ist gar nicht so schlimm, Herr Hurter. Es kommt immer darauf an, wer es zahlen muss. Also müssen Sie die Landbevölkerung fragen, müssen Sie die Leute fragen, die auf die Fahrzeuge angewiesen sind. Aber ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, wo wir vielleicht schon einmal miteinander anschauen müssten und wo in meiner oder uns auch in die falsche Richtung geht. Jetzt stellt man die Elektromobilität als die Rettung der Welt her. Völlig falsch. Wir haben einen ganzen Haufen verschiedene alternative Antriebstechnologien, die am Kommen sind, die viel geeigneter sind. Und Elektromobilität, das gebe ich Ihnen recht, wahrscheinlich in der Stadt rein, kleine Fahrzeuge, in der Zukunft, das wird so sein, da bin ich auch überzeugt. Heute sind es so schwere Fahrzeuge noch nicht. Und das ist auch etwas, was das Gesetz macht. Das tut Technologien gegeneinander ausspielen. Völlig ausspielen. Frau Bundesweitin sagt zum Beispiel, sie will bis 20-25 40% der Fahrzeuge elektrisch antreiben. Wenn Sie das machen wollen, müssen Sie mehrere hunderttausend Ladestationen bauen. Wer zahlt die Ladestationen? Drei Viertel der Schweizer Bevölkerung sind Mieter. Wer zahlt die Stationen? Wer kann sich ein Elektrofahrzeug heute leisten? Wer zahlt das? Und es ist immer schön, dass die Leute, die hier vertreten, wie Damian Müller von der FDP, der ja in der Arena auftritt, Elektrofahrzeuge hat. Das ist alles super, aber es gibt Leute, die sich das nicht leisten können. Und das ist der Punkt. Wir dürfen Technologien nicht gegeneinander ausspielen. Und das macht das Gesetz, weil es eben politische Umverteilung ist. Aber lassen Sie das Argument nicht gelten, dass vielleicht die Anschaffungskosten von so einem Elektrofahrzeug vielleicht gleich teuer oder ein bisschen höher sind, aber langfristig im Unterhalt momentan auch zum Teil dass keine Fahrzeugsteuern drauf sind, dann schon günstiger ist und sich dann unter dem Strich zeitlich verzögert. Wenn ich diese Überlegung mache, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich bin Student. Statt in einer Altwohnung wohne ich in einer topmodernen Hightech-Wohnung mit Wärmepumpen und alles. Ich kann es zwar jetzt nicht leisten, aber langfristig kann man es leisten. Das geht doch nicht. Jeder muss doch für den Bereich, wo er im Moment lebt, sich überlegen, was kann ich mir finanzieren und was kann ich mir nicht finanzieren. Das ist kein Wunschkonzert. Und nochmal, wir wollen ja schlussendlich, dass das Gesetz und Klima etwas bringt. Und eine politische Umverteilung, das ist ein klassisches SP-Argument, oder? Man nehme den Reichen und verteile über allen den Armen, oder? Und ich bin da schon spannend, dass es eigentlich so ein gescheide Kai wie Martin Bäume bei so einem Seich mitmacht, oder? Du bist doch auch Technologie offen. Elektromobilität nur für die Reichen, weil man es sich nicht leisten kann. Man muss natürlich, ich sage jetzt einmal einen BMW Mercedes Oberklasse mit einem Tesla S vergleichen und dann ist der Systempreis der Tesla S am Schluss günstiger wie der der teure BMW. Oder wenn man Nissan Leaf mit einem VW Golf erbricht, ist das auch wieder in der gleichen Kategorie. Und es werden jetzt mehr Fahrzeuge kommen. Heute ist die Tendenz so, dass die Elektrofahrzeuge natürlich noch zu wenig rum sind und damit für die Niedrigpreis-Dement gibt es noch keine Alternativen. Aber jetzt kommt dann Schweizerprodukte mit ein E-Fahrzeug auf dem Markt der ebenfalls Konkurrent sein wird. Wie finanzieren Sie die Ladestationen? Jetzt kommt noch einmal ein Thema. Das Gesetz ist technologieneutral. Ganz klar. Nein, es ist sogar so, dass wenn jemand jetzt synthetisches Benzin einsetzt, was auch wird entstehen, wenn man synthetischer Flugtriebsstoff hat, kann man das auch wieder Entlastungsmassnahmen geben. Also die Automobile können auch dort einen Schritt machen. Es muss niemand weg vom Benzin. Es ist nicht so effizient. Ich glaube eher, dass auf dem Lastwagenverkehr wird synthetischer Diesel kommen und bei den Pkw wird der sich die Elektromobilität durchsetzen. Aber vielleicht kommt auch der Wasserstoff. Wir wissen es nicht. Und das Gesetz lässt alles offen. Es schreibt nichts vor. Es gibt Zielwerte vor wie man CO2 Gramm pro Kilometer erreichen. Und das kannst du mit Zünnfuel erreichen. Du kannst es erreichen mit Gas, mit Wasserstoff oder mit Elektromobilität. Du hast es offen. Also ich möchte klammern auf. Kosten ist ein Punkt, aber es gibt ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich jetzt überlegen, wie geht denn das mit der ganzen Versorgungssicherheit von der in Zukunft verstärkten E-Mobilität. Also wir wissen schon heute, wenn die Speicherseen leer sind, im Winter, im Frühling, dann haben wir ein Problem. Jetzt haben wir irgendwie AKWs, die irgendwann mal an das Ende kommen für Lebensdauer. Und jetzt haben wir immer mehr E-Mobilität. Wie sieht das aus mit dieser Versorgungssicherheit? Also ist das auch irgendwie geregelt? Oder wie wird denn die kompensiert? Sie sprechen einen ganz guten Punkt an. Die Klimadiskussion der Zukunft wird über die Energie laufen. oder? Also wenn wir zum Beispiel jetzt in der Schweiz, wenn wir das wollen, was Frau Somaruga will, 40 Prozent von den Fahrzeuge, 20-25 E-Fahrzeuge, brauchen 25 Prozent mehr Strom, als wir heute brauchen. Also müssen wir den Strom importieren. Wir schalten dann noch die AKW ab und so weiter. Oder wir sind ja gegen Staumauerenerhöhung und so weiter. Also wir werden müssen Energie importieren. und das wird bestimmend sein. Und wenn wir sehen, wo holen wir die Energie? Das sind unsere berühmten Nachbarländer. Die einen setzen auf Atomstrom, die anderen auf Kohlenstrom. Oder China baut in den nächsten 10 Jahren 120 Kohlenkraftwerke, stossen 20 Mal mehr CO2 aus als die Schweiz im ganzen Jahr. Das wird die grosse Kriege sein. Und wir sind so, sorry, so blöd machen, so ein politisches Gesetz, wirken ganze Branchen ab, die innovativ unterwegs sind und geben uns damit eigentlich die Abhängigkeit vom Ausland. Ich hoffe, die Sicherheit, Martin Bäumler. Also das ist eine rechtfertigte Frage. Von wo kommt denn all der Strom, den wir irgendwann einmal haben, wenn wir alle Steckdosen auch hätten und die alle finanziert wären, muss ja der Strom irgendwo herkommen. Wo kommt er dann her? Warum bin ich technologieneutral und wechselnd? Also das Power-to-X, Power-to-Gas ist zentral. Wir werden in Zukunft mit Überschussstrom, der irgendwo auf dem Planeten anfällt, Gas oder flüssige Stoffe herstellen, die wir wieder einsetzen können im Winter. Man kann z.B. das Gaskraftwerk im Winter mit erneuerbarem Gas betreiben. Da werden sich Lösungen auftun. Auch für das muss die ganze Süngas- und Sünfuelentwicklung angestossen werden und muss günstiger werden. Das Thema wird nicht, dass wir zu wenig Energie haben. Im Sommer werden wir viel zu viel haben mit der erneuerbaren Energie und im Winter werden wir knapp haben. Und genau, wir können den Strom nicht speichern, darum brauchen wir die Speicherseher nicht. Da brauchen wir flüssige Speicher, eben Sünfuel oder Gasspeicher, Wasserstoff. Und an dem müssen wir noch arbeiten. Wie weit sind wir da? Wie weit sind wir da? Wann wollen wir diese anfangen? Die Technologie ist technisch da, aber sie ist zu teuer. Und jetzt, wie lange haben wir die Zeit? Die schönen AKW laufen noch bis etwa 20, 40, 45. Also wir haben noch gut 20 Jahre Zeit, vielleicht sogar 25 Jahre Zeit. Das ist eine Generation. Und die Technologie ist heute bekannt, das schaffen wir. Aber wir müssen auch unterschätzen, dass wir ein Saisonproblem haben. Wer das wegdiskutieren will, dass wir im Winter einen Engpass bekommen, wenn wir nichts machen, der schläft. Und wir werden mit dem Stromverwahrungsgesetz, mit dem Verordnung gelesen. Das ist nämlich die Umsetzung des ZEBs. Ja, die habe ich auch schon gelesen. Es gibt ein ganzes Haufen Leute, die sagen, wir kommen in eine Abhängigkeit hinein. Wir werden in Zukunft Energien importieren. Und Frau Samaruga tut mit weinlicher Stimme erklären, dass wir dann statt im Ausland Energie kaufen, alle die Arbeitsplätze in der Schweiz kreieren und hier in der Schweiz alle die Energie produzieren. Das werden wir nicht können, weil der Bedarf ist so massiv. Also die Energie ist nicht die saubere Energie, oder? Vorsicht, wir importieren heute rund 80% der Energie durch die fossile. Und 2050 werden wir keine fossile mehr importieren, aber wir werden erneuerbare Benzine oder Strom, die erneuerbare Zeugtische importieren. Wir werden wahrscheinlich nur die Hälfte importieren, vielleicht nur 40%. Und wir werden im Winter ein bisschen mehr importieren müssen, wenn wir es nicht speichern können, im eigenen Land mit Flüssigkeit oder Gas. Aber wir werden viel weniger ausländerabhängig sein, aber es wird volatiler sein. Es ist ein bisschen wie so, es würde heute keiner mehr 100 Rost vor einem Wagen spannen, um 100 PS zu erzeugen. Sondern er hat das in einem kleinen Elektromotor. Das ist jetzt einfach erklärt, oder? Aber es zeigt es eigentlich schön. Danke vielmals, Martin Bäumler. Es sind halt nicht alle im Messbereich und so, aber es ist einfach schon so, oder? das, was du jetzt erzählst mit dieser Energie. Ein kurzer Satz zu dem Thema. Ja, das stimmt einfach so nicht, oder? Weil ich mache ein Beispiel mit dem synthetischen Fuel nochmal, oder? In Europa gibt es drei Firmen, die das herstellen. Heute? Heute. Menge, die es herstellen. Ein Bruchteil von dem, was wir brauchen. Ja, aber wir haben ja noch 25 Jahre Zeit. Ja, genau. Wir können noch lange hoffen. Also dann brauchen wir das Gesetz auch nicht, wenn wir so lange haben, oder? Aber, aber einfach zum nochmal sagen, das ist einfach eine Augenwischerei, die wir hier machen. Und statt dass wir jetzt die Industrie, die funktionieren, statt dass wir jetzt hier anfangen, politisch zu lenken, würden wir gescheiter schauen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, oder? Und das ist eigentlich die Problematik dahinter. Das hilft am Klima nicht. Die Neuverteilung des Geldes. Das hilft einfach nicht. Definitiv nicht. Ich will noch ein Gump machen, Martin Böhmle. Und zwar, ein Streitpunkt an dem ganzen Gesetz ist, sind die Kompensationsmöglichkeiten, die es beinhaltet, wo man sagt, das ist ein moderner Ablasshandel. Wir kompensieren im Ausland, nämlich dort, wo es uns nicht so wehtut und nehmen unsere Verantwortung nicht wahr. Ist das etwas, was Sie stehen lassen als Argument, oder nicht? Nein, man darf es nicht so schwarz-weiss sehen, auch hier wieder. Das kann man jetzt aus Öko-Fundamentalsicht genauso sehen. Aber es gibt nun mal im Ausland zum Teil effizientere Methoden, CO2 zu reduzieren, Low-Hanging-Fruits abzuholen. In diesem Sinne, die Kombination, wiederum in diesem Gesetz, Inland- und Ausland-Anteil, ist eben auch gut angedenkt. Alles im Inland machen, wäre zu stark fokussiert, das würde zu teuer. Wir müssen das kombiniert machen. Aber, weil alle anderen Länder auch arbeiten müssen, wird es auch dort nicht mehr billiger sein, langfristig. Es wird auch dort etwas teurer werden. Wir müssen dann schauen, was diese Waage ist. Aber grundsätzlich ist die Kompensation eine zusätzliche Hilfe. Global, und da hat ja der gesagt, im Ausland gibt es Low-Hanging-Fruits, die man holen kann. Aber was haben wir gemacht, in der Schweiz? Wir haben ein CO2-Gesetz gemacht, welches im Inland kompensiert werden muss. Der grösste Teil muss im Inland kompensiert werden. Statt, dass wir schauen, wo wir die Low-Hanging-Fruits holen könnten und damit für das Gesamtklima etwas machen könnten. Denn die Schweiz macht nur 1 Promille aus vom CO2. Das müssen wir schon sehen. Aber ist es nicht auch berechtigt, Herr Hurter, eine gewisse Kettis gegenüber diesen Auslandprogrammen zu haben? Ja. Weil man dann auch nicht genau weiss, wo fließt es hin, wer zählt dazu? Und das haben wir dann nicht mehr so genau im Griff. Und nützt dann das und Klima wirklich etwas? Da kann man es auch nicht genau sagen. Das ist berechtigt. Eben ja, ich kann Ihnen ein ganz gutes Beispiel machen. Auch wie Frau Somoruga, die es vorgeschlagen hat. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir haben drei Firmen, die synthetischen Treibstoff produzieren. Frau Somoruga lässt uns nur kompensieren, wenn wir dort Treibstoffe in der Schweiz haben. Also jetzt müssen wir den von Spanien mit einem Lastwagen in die Schweiz transportieren. Erst dann dürfen wir ihn kompensieren. Und da sehen Sie, wie solche politischen Umverteilungsprogramme eben nicht klimawirksam sind. Und die Leute haben jetzt ein gutes Gefühl. Sie haben das Gefühl, mit Ihren 100 Franken, als er sagt, es wird 200-300 Franken sein, aber es ist gleich, hat man das Gefühl, jetzt retten wir das Klima. Jetzt haben wir etwas Gutes gemacht, oder? Aber es wird nicht so sein, oder? Und Kosten ist eben ein wesentlicher Faktor für die Leute, oder? Schauen Sie diese Programme an, zum Beispiel auch mit der Luftfahrt bezüglich Kompensationsprogramme. Vor der Greta war das unter 1%, nach der Greta 1,5%, jetzt sind wir irgendwo bei 2%. Die Leute sind kostenfokussiert. Und darum müssen wir aufpassen, dass wir noch nicht politisch anfangen, irgendwelche Industrien zu lenken, sondern lassen wir die Innovation leben und dann hilft es auch dem Klima. Also die Auswahl von diesen Kompensationsprojekten, Martin Böhmle, haben Sie gesagt, die verleiten zu Skeptis, weil man nicht genau weiss, wer es sich anrechnet. Ist es nicht eh schon in diesem Land? Die müssen das ja sowieso schon machen. Bringt es dann am Klima wirklich mehr? Die Kontrolle wird schwieriger. Also das spricht schon nicht wirklich dafür. Auch wenn es am Klima egal ist, wo gespart wird. Das eine tun wir das an, nicht lassen. Der Hauptpunkt ist, wie man im eigenen Land arbeiten. Also ich kann nicht sagen, ich gehe Wasserflaschen in Afrika finanzieren und mein Haus nicht sanieren. Das ist der falsche Weg. Aber, dass man das andere auch macht, mit dem Metall. Das ist völlig richtig. Und Herr Urz, sind uns an dem Punkt einig, dass wir den Sustainable SAF nicht mit dem Lastwagen transportieren. Aber es darf nicht passieren, dass ein Spanien bei sich anrechnet und wir, weil sonst haben wir nämlich das CO2 zweimal gerechnet. Aber es wurde nur einmal reduziert. Und das sind die Ängste, die herum sind, wenn das nicht Spanien ist. Spanien ist immerhin noch EU. Wenn das irgendwo ist, nehmen wir jetzt ein Land, das vielleicht nicht so gut demokratisch unterwegs ist, dann wird das dann dreimal verkauft, das gleiche CO2 an drei Länder und keiner macht etwas real. Das kann es nicht sein. Also wir müssen auch sicherstellen, dass diese Zertifikate diese indirekte Sachen dann auch verheben. Und da müssen wir daran arbeiten. Das ist so. Und das spricht du eigentlich genau für die Luftfahrt, die als einzige Branche ein internationales Abkommen hat. wo sie aber zuerst umsetzen. Und wir helfen euch dabei mit dem Gesetz. Aber es geht nicht darum, zuerst umsetzen. Es geht darum, wer hat es und nachher wird es auch gemacht. Und damit müssen eben auch andere Branchen etwas machen. Aber nochmal, wir reden hier eigentlich um, nochmal, dass wir neu das Geld wegnehmen. Die eine Hälfte zurückgeben der Bevölkerung, um zu Mittagessen zu gehen, und die andere Hälfte in einen Topf, der politisch neu verteilt wird. Und das ist einfach nicht innovativ. Gut. Wir sind am Schluss unserer Sendung. Martin Boimle. Sie sagen, es ist eine Weiterführung eines bestehenden Gesetzes. Wir machen einen Weg weiter, den wir eingeschlagen haben. Lässt sich dann aber das Klima wirklich ohne Verbot treten? Ich glaube, es gibt drei Wege. Es gibt eine Lenkungsabgabe, die wirklich lenkt, die ist chancenlos politische Schweiz. Es gibt Verbote, die sind sehr wirksam, aber ich will die nicht. Und dann gibt es den schweizischen Kompromissweg, der Herr Hurt so verissen hat, der halt ein bisschen Lenkung, ein bisschen verteilen, ein bisschen im Ausland, etwas im Inland macht. Und das ist die typisch schweizische Kompromissweg. Und der war bis jetzt sehr erfolgreich. Also machen wir den weiter. Also, wie sieht es aus mit Verbot? Thomas Hurt, lässt sich das Klima und unsere Klimaziele erreichen ohne Verbot? Nein, lässt sich nicht erreichen. Ich glaube, die beste Folge ist, wenn wir die Bevölkerung aufklären. Und da haben wir eigentlich das Paradebeispiel. Ohne den Umverteilungstopf, der jetzt neu gemacht wird, sind wir im Automobilbereich sehr weit voran. Im Gebäudebereich sind wir auf Kurs gemäss dem Pariser Abkommen. Luftfahrt sind wir auf Kurs. Jetzt nimmt man uns Geld weg für den Most. Also von daher, man muss eigentlich die Bevölkerung informieren und dann wird das auch richtig gemacht. Und dann muss man auch die Technologien entwickeln und man muss nicht anfangen noch einmal das Geld wegnehmen und noch einmal das anders einverteilen. Das war noch nie schlau. Das ist ein kommunistischer Ansatz und das hat sich schon mehrmals gezeigt, das funktioniert nicht. Zu dieser Information haben wir heute beigetragen. Vorerst ganz herzlichen Dank. Wie es herauskommt, wissen wir am 13. Juni Thomas Hurter, Martin Boimle. Das ist das Abstimmingskonkret zum CO2-Gesetz. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, pro und kontra diskutiert haben die beiden Nationalräte Thomas Hurter von der SVP und Martin Boimle von der GLP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt sind gerade TVZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Wiedersehen miteinander. , bis jetzt schon mal. Ich wünsche Ihnen noch mal, . Bis dann.